Hallo und herzlich willkommen bei MedienklagemauerTV, hier aus dem Studio Karlsruhe. Todbringer Gen-Mais? Die Forschergruppe von Gillet-Erik Serralini hat herausgefunden, dass mit Gen-Mais gefütterte Ratten früher sterben. Es ist die erste wissenschaftliche Langzeituntersuchung zu einem hochsensiblen Thema. Die Forscher der Universität Caen untersuchten, wie eine bestimmte Sorte von gentechnisch verändertem Mais sowie das Pestizid-Roundup auf Ratten wirken. Das Ergebnis? Die Lebenserwartung der Versuchstiere nahm signifikant ab, das Krebsrisiko dramatisch zu. Während der zweijährigen Studie starben in den Versuchsgruppen 50% der Männchen und sogar 70% der Weibchen frühzeitig. Alle wurden mit dem gentechnisch veränderten Mais NK603 von Monsanto gefüttert. Bei den Gruppen, die konventionellen Mais erhielten, der mit Roundup behandelt war, starben immer noch 30 bzw. 20% der Nager vorzeitig. Mittels gentechnischer Manipulation werden Mais-Sorten hergestellt, die Pestizide tolerieren oder sogar eigene Pestizide herstellen. Was meint die Gentechnik-Lobby genau damit, wenn sie proklamiert, dass Gentechnik Food die Lösung für die Ernährung der Weltbevölkerung sei? Arthur Schuppenhauer sagte einmal, es ist nicht genug, wenn man verstehe, der Natur Daumenschrauben anzulegen. Man muss sie auch verstehen können, wenn sie aussagt. Nach diesem Beitrag erfahren Sie noch etwas über Wasserantriebe. Bleiben Sie dran!